ja so willkommen zu der zweiten Woche von Minecraft Evolution zusammen mit dem Jahrhundert nein ich bin nicht dran Punkt 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 ja und weiter wie gehabt wir bauen hat das dann? Habt ihr schon gesagt, dass ich jetzt eine Ohrwurm habe wegen dir? wegen mir gehört dazu achso Bob der Baumeister ich wollte schon den Kraftausdruck dafür verwenden aber dann hab ich mich nochmal zurück gehalten prob mich mal an mit welchen nein 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 ist gut ich weiß nämlich nicht welchen du meinst das 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 ist das ist das das ist das das ist das 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 ist das 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 ist das 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 Mh, meiner ist von 2007. Also ist das dein erster Stud oder wie? Ja. Gut. Ha, ich hab dich übertroffen. Dafür übertreffe ich dich mit dem Computer Teil. Von wann die sind? Mhm. Ja, klar. Ich sag nur 2004. Mit vier Jahren meinen ersten PC. Und im Alter meines Schreibtisches kann ich dich übertrumpfen. Mit meinem alten? Mit meinem jetzigen? Ja, mein Alter, der war noch viel älter. Mein Schreibtisches ist nämlich von 2003. Mh, da haben wir noch nicht mal hier in dem Haus gewohnt. Was? Wir haben mich noch nicht mal in dem Haus hier gewohnt. Was hast du da denn gewohnt? Was hast du da denn gewohnt? In Polen? Kennst du das? Mh, 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 mh? Das darfst du nicht sagen, ne? Das darfst du bei denen nicht sagen. Was du jetzt meinst. also wenn das das ist was ich denke dann darfst du das dort nicht sagen dann kriegst du dafür eine geldstrafe oder eine dreijährige gefängnisstrafe wenn du das sagst das glaubst du dann nicht dass du ein vortrag reichen reden wir vom gleichen ja du hast zwar falsch geschrieben aber ja ist mir auch scheiß egal das habe ich dir geschrieben nicht so wie du schreibst auf jeden fall hauptsache wir reden einfach mal sowas vom gleichen okay du kennst mich ja mittlerweile du 88er können wir erst in der sache portal die nächste zeit mal umstellen noch ich habe keine dia picker Ich fasse nicht. Ah! 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 Meine Nase! Ähm, das Portal stell ich dann gleich auf. Du... Idee, du verbaust dich. Hier, sie 10 obsidieren. Jo. Egal, wo ich das mit der Eisungsspitzakal halt ab. Dann gehen die kaputt. Ich weiß. Warte mal eben. Ah, ne, doch nicht. Der geht doch nur aufs stiller Ört hin. Ich kann nur tipp tipp tipp, deswegen. Da reinlegen. Geht das? Nee, schade. Ah, doch, doch, doch. Was denn? Geht doch. Ja, Lorium in die Smeltree. Geil. Ja, Yellow Heat. Entschuldigung. Geil. 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 Zeigst du gleich echt mal ihm, wo der Enchantment Table ist? Hm? Was? Du sollst gleich mal meinem Bruder zeigen, wo der Enchantment Table ist. Er muss nur ins Portal hier gehen. Geil. Ich schreib ihm das. Na ja, kein Bock. Faul. Schief. Ich würde sagen, dass die letzte Aufnahme für heute, weil ich hab mich kaum Schmerzen. wer erwartet onlinezeit 1 tag 2 stunden 53 minuten jetzt hat nicht ein einziges mal offline gewesen sehr gut ich gehe jetzt mal auf kamera, auf tss warum? weil ich jetzt auf fernseh gucken würde in ruhe und ich jetzt auch im moment keine lust habe mit leuten zu reden lol ja ok mikrofon muted mikrofon activated wird die folge jetzt auch nicht so monumental lang weil alleine die ganze zeit habe ich auch keinen boke mikrofon muted ich denke mal ich mache die folge jetzt noch bis zur viertel stunde schaffe ich nur noch und dann gehe ich auch auf weil deutschland spielt gleich und dann gehe ich mir das auch mal angucken ne hier noch nicht setze ich die erstmal hier hinten mach mal hier nach einem Dachfenster auf der hier kann ich hier auch noch eins drum machen warte und ich bin ein bisschen lichter rein kommts ja warte 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 ja umso besser denn das funktioniert das wusste ich auch noch nicht versteht sich denn da schon wieder naja, ne egal naja im Charter-Türme sollte ich auch noch mal die nächste Zeit umstellen generell mal eine ganze Steuerung so so bei 15 Minuten sind wir mich auch schon kann ich mich gleich die Folgen mir noch ändern würde ich sagen mach ich das jetzt auch sofort das ist eine Maschine hier oben die Blöcke so dann habe ich die gleich auch alles schön hier wird auf jeden Fall viel mit Carpenters Blocks gemacht denke ich mal 2 3 2 4 4 5 5 6 5 und und ich sage ich mache jetzt meine Montage leer und dann war es das von der Folge und ich sage sehen wir uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal und Toreo